Hier vorne ist Emilio, den wir gerade getroffen haben. Er ist Argentinier, aber er lebt in Kalifornien. Und irgendwie ist er jetzt in einem Monat hier runtergezipft. Keine Ahnung wie er das gemacht hat. Jetzt haben wir gesagt, wir gehen zusammen in die nächste Ortschaft. Und schauen, ob wir ein Hotel sehen.